Hey Daniel, was lernt du eigentlich gerade bei der Stadtverwaltung Neubrandenburg? Ich mache eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Und wie gefällt dir deine Ausbildung bis jetzt? Das gefällt mir sehr gut. Ich arbeite mit Menschen zusammen auf jeden Fall, arbeite mit Gesetzen, was mich schon immer interessiert hat. Und ich finde die Teamarbeit hier einfach super. Und wie kamst du auf den Beruf des Verwaltungsfachangestellten? Meine Familie hat mir so ein bisschen den Anreiz gegeben, zum öffentlichen Dienst zu gehen. Und dann habe ich mir die Stellenausschreibung angeguckt und gerne in meiner Heimat bleiben möchte, habe ich mich dann auch hier von Neubrandenburg entschieden.